Für die Pfoten und ich, die Laurin Wilbolz im Maison Raison, im Restaurant in einer super Gastro-Küche, zeigen euch heute, wie man eine Gräppe macht, einen Pfannkuchen-Teig. Und zwar braucht ihr dafür Backpulver. Biologisch wäre es Weinstein-Backpulver. Das ist ein bisschen gesünder, hat nicht so viel Es drin. Kardamon, Vanille. Vanille ist eigentlich am natürlichsten belassen. Und Kichererbsenmehl und Dinkelmehl. Zum Süßen der Gräppe könnt ihr Rohrzucker nehmen. Oder z.B. Röberzucker, biologisch aus der Schweiz. Birn-Ell aus der Schweiz. Oder natürlich könnt ihr auch Ahornsirup nehmen oder einen Reissirup. Mineralwasser brauchen wir. Und dann noch eine sogenannte Alternativmilch. Alternativmilch hat eine viel bessere CO2-Bilanz als Kuhmilch. Aber wenn ihr z.B. ein Bio-Soja-Produkt nehmt, kommt das meistens aus Bio-Sojafelden der Schweiz oder vielleicht die weitesten von Italien. Sojamilch bindet, teils ein bisschen besser als die Hafermilch. Ich könnte es in eine Schüssel mit einem Schwingbesen tun. Ich mache es jetzt wieder mit dem Mixer. Ich nehme hier das Mineral rein. Das ganze Mehl. Kichererbsenmehl. Dann vom Backpulver ein bisschen. Den Kardamon und die Bourbon-Vanille. Wollen Sie auch nicht wundern, dass ich es nicht abwäge, denn es ist ja mein Rezept. Alles im Gefühl. Den Konkurma haben wir in diesem Rezept drin, dass das Gräpp ein bisschen einen geälen Stich rüberkommt, den man ja sonst vom Eigel hätte, der die Gräppe noch bindet. Wir haben hier eigentlich als Bindemittel einerseits sowieso die Sojamilch oder eben auch einfach das Mehl, das auch schon bindet. Dann kommt die Hafermilch rein. So. Jetzt lasse ich den Ahornsirup für den Gau. Beim Süsser kann man immer ein bisschen selber entscheiden, auch bei Desserts, was für einen Gau man hat. Und dann wird das gemischt oder eben mit dem Schwingbesen in einer Schüssel. Zuhause könnt ihr das gerne auch machen. Nach einem gut durchschwingen vom Teig lässt du in 30 Minuten Ruhe. Dann kannst du eine Teflonpfanne bereit machen mit Kokosfett und die schon mal heiss machen. Sehr schön. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal.